Hallo und willkommen zurück hier bei CSI. Das ist Folge Nummer 4 und ich habe vergessen, was wir als letztes gemacht haben. Holen wir uns ein Durchsuchungsbefehl für die Medi-Golfanlage? Not yet, check back. Ah, später jetzt. Gut, dann sprechen wir noch mal mit Ed Dandel. Er ist auf der Weg zur Interrogation, nein. Dann müssen wir noch mal gucken, wo wir waren. Dude, das ist alles du jetzt kriegst. Gut, der hat nichts zu sagen. Hm. Gehen wir noch mal zum Feuertempel. Schauen wir mal. Ja, die Vögel hör schon. Da ist das Bild. So. Wir haben ihrem Fingerabdruck auf einem Streichholzbrief in Bob Kessners Taxi gefunden. Ja, das ist nichts zu sagen, die Medien zu sagen. Ich habe nur das Charakter zu schäuern, unsere Haus und zu schäuern, und zu schäuern aus Deborah. Ich bin in der Abenteilung und zu schäuern, nach dem Strip Mall. Und auf der Weg, ich wirklich ein neues Auto schäuern. Ich habe ihn nicht alleine. Ich habe ihn nicht alleine. Ich habe ihn einen Verstärkung auf seinem Schrauch. Dann der A-Hole flares, und seine Augen auspuffen, und seine Augen auspuffen, und seine Augen auspuffen, und er ist spewingen all kinds von vile, vile crap auf mich. Es ist, dass lezies, wie ich, diese große Lande zu schäuern. All die Zeit, er ist noch lecker, aber seine Augen sind auf mich in der Rückseiteilung, und jetzt, er geht über 50. Also, ich warte für ihn, zu schäuern, und dann schäuern ihm, ich werde den Kampen, wenn er nicht die Auto verhören. Ich schäuze in meine Brücke, für meine Verstärkung. Also, er schäuert auf die Brücke, und schäuert, und schäuert die Tür, und schäuert meine Brücke direkt auf den Strip. Das muss ich an, wenn und wie ich verloren habe, die Spiele, richtig? Insofern, er schäuert mich und leist mich in eine frühe Umgebung. Vielen Dank. Und welche Uhrzeit war das? Ich weiß nicht, 6 vielleicht? Oder 9, oder 10, vielleicht? Du kannst versuchen, mich in deine Zeitzeiten alles, was du möchtest, aber die ungewöhnliche Wahrheit ist, ich habe nicht diesen Schäuert. Ich habe eine artistische Pension für Feuer-Imagier, aber das macht mich nicht ein Pyro oder ein Körner. Wusste Ed Danville, dass Bob Debra belästigte? Wann hat Ed Bob diesen Flyer gegeben? Oh, es ist nicht so, wie ich es auf dem Kalender markte. Es war ungefähr 2 Wochen vor. Was hielt Ed von Bob? Nein, er hat nicht den Mannsensens besser als wir gemacht haben. Lautmachbarer, Bully und Bigot. Ed hat sich ein bisschen zurückgelegt, aber für ihn, er war okay. Und den Durchsuchungsbefehl. Based on what? Lass mich das Ding sehen. Ah, hell mit es. Ehm, du hast es gemacht, damit ich es zurückkomme. Sehr schön. Oh, da ist ja ein Raum. Ja, sehr lecker. Ja. Jetzt müssen wir das erst mal. Oder mit der Hand. U fauler. Und jetzt bin ich jetzt eh. Okay. Wir haben zwei Lesbiener und ein Kondom benutzt. Wie genau das ist? Das ist wichtig. Be sicher, alle Seiten für Trace. Mhm. Oh. Was ist das? Steriles Wattestäbchen. Sehr schön. Damit machen wir nichts. Da können wir nur drehen. Na gut. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Egal. Hauptsache haben wir es uns mal angeguckt. Hier haben wir auch nichts. Was ist hier los? Da kann man auch nichts machen. Na wo kann man das dann anklicken? Das ist doof. Da kommen wir da hin. So dann. Du bist auf der richtigen Weg, Partner. Aber das ist nicht die Schuhe, die die Krimessene veröffentlicht hat. Schade. Das wäre sehr gut gewesen. Wenn es die Schuhe gewesen wären. Was ist hier drin? Kommen wir hier hin? Ach, hinter der Plane ist ein Raum. Ah. Macht natürlich Sinn. Gut versteckt. So. Ein Käfer. Insekten gesammelt. Sehr gut. Gut. Da kommen wir da hin. Dann haben wir hier so nichts. Gut. Gucken wir hier mal. Auch nichts. Na gut. Gut das. Hier hinten. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. So. Nichts drauf, ne? Na gut. Hier hinten. Und hier was. Nichts. Kommen wir nur da hin. Na gut. Scheint wohl alles zu sein. Na gut. Können Sie uns was dazu sagen, zu dem, was wir im Hinterzimmer gefunden haben? Wir würden gerne eine DNS-Probe von ihnen haben. Na gut. Ich würde nicht, ihr zwei. Ihr könnt das nicht ohne irgendwelchen Warrant machen, oder? Das sollte nicht schwer sein werden. Wollt ihr gut in diesem Ding sehen? Ich würde zu kooperieren. Was ein Charmer du bist. Ja, ja. Ja. Geht her. Ein Mann muss machen, was ein Mann muss machen. Oder so höre ich. Okay, wir haben Glück und haben ein paar Sicherheitskamp-Fotage von einem Geschäftsführer, von unserer Rosted-Cabbie-Route. Sarah, ich habe es für euch in der Lab. Gut. So. Haben wir hier alles. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ins Labo. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist meine Maus? Video und Bildaufbereitung Wo ist meine Maus? Da! Zum nächsten Bild der Videosequenz Da ist das Taxi Und fährt weiter Wenn du ein Bild aus dem Bild aufbauen kannst, kannst du aufbauen Wenn du ein Bild aufbauen kannst, kannst du aufbauen Aber wo? Na ja, gut, dass der sich erinnern kann Dann müssen wir die DNA-Proben untersuchen Das haben wir ja hier DNA des Opfers Mit dem Ups, das war falsch So DNA des Opfers Das stimmt schon mal nicht überein Das ist auch nicht gleich Die untersuchen wir gerade Und das hier Und das Scheint mir die gleiche zu sein Tja Ich würd mal sagen Hat sie uns Ähm Veräppelt Haben wir den noch für Beweise Die wir untersuchen müssen Das haben wir alles Aufbauen Ah, da ist noch was Das habe ich ja gar nicht gesehen So Dann hast du noch mal hier hin Oh Das ist das hier So Okay So 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 Sie haben es initiiert. Nun, würdest du sagen, dass das Feuer Feuer stößt, Nick? Ja, ich verstehe. Haha, los geht's, Partner. Uns hier belügt. Was soll das? Gut. Sie sagt uns nichts. Dann gehen wir hier hin. Und dann reden wir... ...nochmal mit Ed. Wir wissen, dass sie mit Liz, der Feuergöttin, intim waren. Vielleicht haben sie Liz geholfen, Bob Kessner zu töten. Vielleicht hat Liz geholfen, deine Hilfe zu retten, um Debra aus einer gewissen Gagabasher zu retten. Hey, Debra ist ein großer Schmerz in der Schmerzen. Du verstehst? Sie zerrissen ihre Jeans am Zaun. Sie zerrissen ihre Jeans am Zaun. Oder soll ich sagen, versuchen zu. Plus, wir haben deine Schmerz auf der Turpentine-Kan. Also, auf der Mathe, die benutzt, um den Cabbie ein Licht zu geben. Du hast Wacken in deine Hände, Mann? Ich habe schon alles erklärt. Ich hatte eine Schmerz in der Cabbie vorhin. Ich war bei Turpentine-Kan immer, bei Liz mit dem Tempel. Entstanden? Was? Wie bei der Schmerz in meine Schmerzen, ich denke zurück, das muss doch passieren, als ich nach der Bühne gegangen bin, um die Schmerzen an die Schmerzen zu gehen. Ich spielte durch die Schmerzen, um einen besseren Schmerzen zu bekommen. Das muss dann passieren. Warum waren sie in der Gießerei? Ich habe dir vorhin gesagt, ich spielte Flieger für die Feuergotteschen, versucht, die jungen und verabschieden für ihre Gemeinschaft zu retten. Du spielst jetzt etwas etwas. Aber wir gehen weiter. Vielleicht haben sie und Liz den Taxifahrer aus Gefälligkeit für Debra geräuchert. Für deine Sensitive Insights. Das ist es für heute. Na dann... ... gehen wir... ... hier hin. Na komm. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Stimmt es, dass Bob Kessner sie belästigt hat? Was hat er gegen sie? Was hat er gegen sie? Was hat er gegen sie? Aber ich wusste, dass ich die Nazi-Geräusche, wenn ich sie hörte. Ich verabschiede Bob's blöde, wie der Tag vor der Promi. Und wir sagen, dass er es nicht gut genommen hat. Aber das ist die Geschichte von der Vergangenheit, nicht wahr? Nur einige Menschen, die sich nicht ganz gut aus der Hochschule aus der Hochschule. Ja? Insofern, vielleicht zwei Wochen vorhin. Er muss einen von unseren Flyers haben, weil er mich angefangen hat. Erstens er hat er so gut gemacht und mich gefragt. Für die Jahre altes. Und das ist dann, wenn du ihn wissen, was deine sexuellen Orientation? Nicht zuerst. Ich versuchte ihn einfach einfach. Er sagte, ich war in einer langfristigen Beziehung. Und dann er schnappt. Seine Sprache ist alles anders. Sargastisch. Schrecklich als hell. Und er sagt, was, was ein Dike? Also, er wusste alles über Liz und mich. Vielleicht hat Ed gesagt. Vielleicht hat Ed ihm einen Flyer gehandelt. Du musst dir über das fragen fragen. Und dann hat die Telefon angefangen. Obscene, Abusive, Nightmare Abuse. Und ich hatte seine Telefonen geblendet. Und dann hat er auf und runter durch mein Haus in seinem Auto gefahren. Es war schrecklich. Wirklich zuerst. Ich war schrecklich nach dem Tod. Warum haben sie Bob einen Scheck über 500 Dollar ausgestellt? Ich weiß, es klingt verrückt. Aber nachdem ich ihn zurück in der Hochschule verbringte, er würde mich in der Halle über das Geld verbringten. Der Limo. Der Tux. Der Korsage. Wie ich ihn verbringte. Also, ich dachte, paye ihn aus. Paye ihn zurück. Also, ich gehe nach dem Autobahn und sage, wie viel für dich aus meiner Leben zu holen. Er sagt, nicht für ein Millionen Dollar, Baby. Ich sage, ich gebe dir 500 Dollar, um einfach weg zu gehen. Und er sagt, fertig. Und ich habe es gemacht. Und dann hat er auch immer weitergekommen. Und er sagt, dass er auch immer eine Beschwerde gegen Kerstner eingereicht hat. Mhm. Haben sie eine Beschwerde gegen Kerstner eingereicht? Ich glaube, ich habe es gemacht. Nicht, dass es so gut gemacht hat. Ich glaube, dass du Leute nicht denken, dass es eine Beschwerde ist, wenn jemand wie ich mich verbringte. Eigentlich, wir machen. Natürlich, wir brauchen. Natürlich, wir brauchen unsere Hilfe jetzt. Er wird dich wieder zurück. Also, das ist das, was ich bekomme, um ehrlich zu sein? Also, das ist das, was du mit einem victim wie ich? Du machst mich aus, ein Suspekt. Vielleicht bin ich keine Teile für Bub, aber ich hatte nichts zu tun, mit dem, was zu ihm passiert ist. Ja. Du brauchst nicht einen, wie ich mich beschäftige. Geh für's. Nichts, was hier zu hide. Na dann. Was ist hier so los? Nichts. Sehr schön. Hauptsache, man kann mit den Händen drücken. Gut. Da waren wir gerade. In der Küche ist also nichts mehr. In der Küche ist also nichts mehr. So, was haben wir hier? Auch nichts. Super. Sache. Hauptsache, man kann die Händen drücken. Oh. Streichhölzer. 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 Vielleicht hätte man vielleicht was machen können. Objekt. Streichhölzer. Hm... Also nichts. Na gut, hätte ja sein können. So... Drehen wir aber weiter... Oh... Zack. Ein Zekt gesammelt. Kann man aber schnell raus. So, weiter können wir nicht. Also scheint hier nichts mehr zu sein. Und wieder zurück. So, dann gehen wir hier durch. Ähm, ja. Hier ist sehr viel. Nämlich gar nichts. Wow. Krass. Das gehört noch dazu. Da, Schuhe. Sie sind auf der richtigen Wavelink, Partner. Aber das ist nicht die Schuhe, die die Krimszene printen lassen. Hm. Nicht gut. Warum finden wir diese blöden Schuhe nicht? So, drin. So. Hier ist nichts weiter. Haben wir sonst noch was? Auf dem Bett vielleicht? Gehen wir mal hier hin. Ist auch nichts. Wundervoll. Ja. Schön. Haben Sie noch andere Schuhe, wie diese, in Ihrem Schrank? Ich habe nur noch ein paar Schuhe. Sorry, dass ich mich verreicht. Hm. Was nun? Was können wir sonst noch machen? Ja. Wir könnten ins Büro. Vielleicht ist ja da noch was. Oder. Wir machen das so. Wir machen im nächsten Part weiter. Und damit der halt nicht zu lang wird. Machen wir es so. Dann. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.